Der tschechische Schönheitschirurg Dr. Chalupa staunt nicht schlecht, als Kaninchen auf seinen Schreibtisch springt, um sich bei ihm vorzustellen. Ich schäme mich schrecklich für meine abstehenden Öhrchen, spricht Kaninchen. Kann man die nicht anlegen? Kaninchen haben nun mal solche Horcher, versichert Dr. Chalupa fachmännisch. Eine Schande wär's, solch schönen Hasenschädel durch chirurgisches Geschnippel zu entstellen. Aber ich möchte nicht mal mehr in den Spiegel schauen, sagt Kaninchen starkköpfig. Was soll Dr. Chalupa nun mit Kaninchen anstellen? Plötzlich kommt ihm die Erleuchtung. Schaufen Sie sich Schmuck an, zwei hübsche Stecker an die Ohrläppchen, und schon sind die stattlichen Lauscher nicht mehr so auffällig. Aber wäre das nicht eine absichtliche Täuschung? fragt Kaninchen unsicher. Na, selbstverständlich, sagt Dr. Chalupa verschwörerisch und streichelt ihn durchs weiche Fell. Eine vortrefflich schelmische Augenwischerei. Ausgezeichnet, sagt Kaninchen fröhlich. Was bin ich schuldig? Solch wichtige Erstbesprechung kostet nichts. Dann danke ich herzlich. Noch eine Frage. Wo kann man sich eigentlich Ohrlöcher stechen lassen? Im fachlich geschulten Friseurgeschäft zum Beispiel. Kaninchen gibt Dr. Chalupa zum Abschied ein Pfötchen. Doch an der Tür dreht er sich noch mal um und sagt nachdenklich. Ach ja, wenn ich schon mal hier bin. Meine Stummelbeinchen sind nicht sehr ansehnlich. Kann man die vielleicht ein bisschen strecken? Dr. Chalupa springt vom Stuhl, um Kaninchen endlich hinauszuschmeißen. Mann, nur ein Späßchen, kichert Kaninchen und huscht geschwind davon. Nicht witzig, antwortet Dr. Chalupa. Schließlich setzt er sich wieder in den Chefsessel, schaltet die Sprechanlage ein und sagt, der Nächste bitte.